Wäre ein Fall gewesen für unseren alten Freund, Mr. Sherlock Holmes. Ja, so ist's. Ist ein Verlust, Doktor. Oh, ich war nicht immer froh über seine Methoden, doch... er war der beste Amateur der Welt, den es je gegeben hat. Ja, ich muss gestehen, manchmal übertraf er sogar mich. Na gut, Inspektor, veranlassen Sie den Transport ins Leichenscharhaus. Dort nehme ich die Obduktion vor. Ja, natürlich, Doktor. Na, wir sehen uns dann im Gericht. Und bis dann.